Das heißt, wir müssen an unseren Shop umstellen. Jetzt haben wir dann nicht nur 0% Mehrwertsteuer für Deutschland, jetzt haben wir dann auch 0% Mehrwertsteuer für Österreich. Aber, jetzt kommt es ja, das ist ja nicht für jeden anzuwenden. Und dann war die Spitzenantwort, ja, die Spitzenantwort, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, von den Leuten, die wir bezahlen mit unserem Steuergeld. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Enercap. Mein Name ist Georg Gieglinger und heute geht es um den Förderwahnsinn und wie man Unternehmen durch Förderungen an den Rand des Ruins bringen kann. Ja, mein Dank geht natürlich raus an zum Beispiel die Bundesministerin Leonore Gewessler mit ihrem grünen Klimaministerium und mit ihren wahnwitzigen Ideen oder der Art der Umsetzung. Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht, die Idee ist ja auch schon alt, nämlich 0% Mehrwertsteuer auf Photovoltaikomponenten. Aber die Umsetzung ist dermaßen dilettantisch, stümperhaft und dumm, ja, dass man eigentlich fast keine Worte mehr dafür finden kann. So, falls hier irgendwelche Entscheidungsträger, Politiker oder sonst irgendwie involvierte Personen zusehen, seht euch das Video zum Ende an. Da kommen nämlich ein paar Dinge an, die habt ihr offensichtlich nicht gedacht, ja. Und das verursacht Schäden in, ja, in eklatanter Höhe in den Betrieben, die davon betroffen sind. Na klar, als Konsument denkt ihr euch sicher, das ist eine tolle Sache. Und ja, kann man ja alles machen. Deutschland hat es ja vorgemacht, ja, dort funktioniert das Ganze auch ein bisschen anders als bei uns. Wahrscheinlich, wir wissen es ja noch nicht so genau, denn es gibt ziemlich viele kontroverse Informationen. Die packe ich euch jetzt alle in dieses Video rein, dann könnt ihr euch informieren und dann wisst ihr ungefähr, halt, wie es stand jetzt, was so auf uns alle zukommt. Und wie gesagt, die Entscheidungsträger, Politiker, wie auch immer, ihr seid natürlich gerne eingeladen, mich persönlich anzurufen. Dann können wir das Thema ein bisschen durchdiskutieren. Und viel schwachsinniger, als es jetzt läuft, hätte man es nicht machen können. Und ich bin gespannt, ob uns irgendjemand den Schaden ersetzt, den wir jetzt erleiden. Aber ich nehme mal an, nein, das wird niemand machen. Dazu gibt es auch eine eigene kleine Story, die dem Fass den Boden ausschlägt. Das kommt alles in dem Video. Ihr seht, ich bin ziemlich sauer. Aber egal, gebt dem Video gleich einen Daumen hoch, damit es ein bisschen gepusht wird. Abonniert den Kanal, wenn euch Photovoltaik interessiert und Elektromobilität. Ja, und wartet einfach das Video ab und dann geht's los. So, beginnen will ich mit einer ganz kurzen Eigenwerbung und, ja, einer Möglichkeit, wie ihr vielleicht ein bisschen Geld sparen könnt und uns auch helft. Dabei ein bisschen, ja. Denn das wird eine herausfordernde Zeit, die nächsten zwei Monate. Das kann ich euch versichern. Schaut bei uns im Shop www.enercap.at vorbei und geht ganz oben auf, da gibt es so zum Anklicken 0% Mehrwertsteuer beziehungsweise einen zweiten Link habt ihr hier noch. Workshops, Seminare, Treffen, da gibt es ein bisschen Information, was wir jetzt so alles anbieten und was euch vielleicht ein bisschen weiterbringt. Wir können euch helfen beim Selbstbau von PV-Anlagen mit Mikrowechselrichtern. Hochspannende Geschichte. Und es wird, so wie es aussieht, am 24. November eine Heumiles Roadshow bei uns im Brunheimgebirge geben mit einer richtigen, ja, Präsentation von Heumiles und ein bisschen Catering und so rundherum. Könnt ihr euch dann auch anmelden, das kommt noch in weiteren Videos oder ihr schreibt jetzt schon mal ein E-Mail, geht bei uns in den Shop und da seht ihr ja die E-Mail-Adresse energiewende.enercap.eu Schreibt dort ein E-Mail hin, falls ihr Interesse habt, an der Heumiles Roadshow teilzunehmen, also als Gast zu kommen. Gut, was ist denn da los? Ja, am 17.10. war es glaube ich, kam auf einmal die Meldung bei irgendeiner Pressekonferenz oder so, da hat die Frau Gewessler hinaus posaunt, es gibt ab 1.1.2024 keine Mehrwertsteuer mehr auf Photovoltaik-Komponenten. Ja, das Ganze hat ja eine längere Vorgeschichte, also der größte Interessensvertreter in der PV-Branche in Österreich, PV-Austria, Photovoltaik-Austria ist ein Verband, da sind alle großen Hersteller und einige Händler und so Großhändler dabei. Der wollte das ja schon länger haben, ja, dieses, dass wir mal auf Photovoltaik-Komponenten keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen, statt diesen ganzen Förderungen mit dem Ö-Mark-Förderticken und so weiter, das ist ja alles immer so eine Art Lotterie und ja, ist ähnlich dumm wie aktuell die Förderung von Volker Wissing in Deutschland, die ja auch ziemlich bescheuert in der Art der Vergabe und so weiter ist, aber egal. Ja, wäre mal eine schlaue Idee, keine Mehrwertsteuer und es gab ja schon im Februar und im März paar so Pressemeldungen, ja, man will die Mehrwertsteuer weg. So, damals dachte ich mir schon, ich hoffe mal, dass die nicht auf die Idee kommen, mitten unter dem Jahr, das dann rauszuhauen, keine Mehrwertsteuer mehr auf Photovoltaik-Komponenten, weil was, ja, was bewirkt das, wenn man das so Monate im Voraus hinaus posäunt? Es kauft keiner mehr, ist doch vollkommen logisch. Speziell, wenn man das macht im Winter, ja, also jetzt zum Beispiel, so wie wir jetzt die Situation haben, zweieinhalb Monate bevor das schlagend wird, gibt man das einfach raus und im Winter ist sowieso der Solare Ertrag nicht besonders gut und montieren macht nicht so viel Spaß, dann wartet doch wirklich so gut wie jeder auf den 1.1.24, um dann erst zu kaufen. So, aber die Betriebe haben alle laufende Kosten und die müssen sie weiter abdecken. Also bei uns, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, wäre der Schaden sicher sechsstellig, ja, und den ersetzt uns niemand. Dazu muss ich gleich eine kleine, nein, das erzähle ich dann später, ja, weil das ist wirklich, das schlägt dem Fass den Boden aus. Unfassbar eigentlich, echt, das ist echt ein absoluter Wahnsinn. Gut, also zweieinhalb Monate vorher haut man sowas raus, aber das Allerbeste ist, es gibt ja einen Gesetzesentwurf, der liegt im Parlament, wie das Ganze ausgestaltet sein soll und da steht so drinnen bis 35 kW Peak und auf privaten Häusern montiert, so irgendwie und dann kannst du es ohne Mehrwertsteuer einkaufen. Aber so wirklich präzise ist das nicht. Ich habe es versucht zu analysieren. Okay, gut. Was macht der Georg? Er ruft an im entsprechenden Ministerium, ja, und dort bekommt er die Auskunft, das ist schon wieder, naja, eineinhalb Wochen her. Ja, das stimmt schon so, aber eigentlich für die Ausgestaltung ist das Finanzministerium zuständig, weil die machen die Steuergesetze. Ist eigentlich komisch, das Ministerium sollte ja das Parlament. Aber egal, ja, wir wissen, wie das in der Realverfassung sozusagen ist, dass das Ministerium arbeitet aus, schickt es ans Parlament und die heben dann einfach die Hand und sagen, ja, danke, bin dafür oder dagegen, was weiß ich, ja. Wird noch vor ein bisschen deportiert, aber am Ende kommt ja eh das raus, was die Regierung will. Ja, und da bekomme ich eben den Tipp, einmal im Finanzministerium anzurufen, das habe ich dann auch getan und dann hieß es dort, ja, alles schon gut, aber bitte schriftliche Anfrage, die entsprechende Sektion ist telefonisch nicht erreichbar. Ja, wozu auch, ne? Und ich meine, hey, komm, als Unternehmer, wozu sollst du da bei der Behörde was fragen dürfen, das geht doch gar nicht, ne? Wenn es dich betrifft wirtschaftlich, also bitte schriftliches Gesuch und ich habe ein E-Mail geschrieben und bis jetzt ist noch keine Antwort gekommen. Ist ja auch komplett unwichtig, spielt doch überhaupt keine Rolle. Wir sind doch nur die Steuerzahler, ja, die, ja, großartig, ne? Ich fühle mich da wirklich sehr gut aufgehoben in diesem Staat, von diesen Behörden, super betreut, finde ich ganz toll. Okay. Egal, ich warte da gerade auf die Antwort und im Klimaschutzministerium habe ich auch die Auskunft bekommen, ja, wenn man ein Förderticket hat, weil das war ja gleich die erste Frage, die auftaucht, wie ist denn das? Habe ich denn jetzt eine Förderzusage und kann ich dann gleichzeitig die Förderung und die vergünstigte Mehrwertsteuer, also das ist ein Nullsteuersatz abräumen, also so Doppelförderung und da hieß es, ja, das geht. Und ich glaube auch, es ist auch ein bisschen schwierig, das zu verwehren, also wenn jemand wirklich da mit 0% kauft und die Förderzusage hat, ihm die Förderung nicht zu gewähren. Ich bin kein Jurist, aber vielleicht gibt es dann ein paar Juristen, die dazu was sagen können. Ich glaube, das wird schwierig zu sagen, nein, das geht nicht. Okay, anyway. Diese Woche war die Aussage wieder andersrum, nämlich es geht nicht gleichzeitig die Mehrwertsteuer nicht zu bezahlen und die Förderung von der Ölmarkt zu bekommen. Okay, wir wissen es nicht. Zwischenzeitlich hat auch der Landeshauptfrau Stellvertreter von Niederösterreich, der Herr Pernkopf, rausgehaut eine Meldung, ja, es wird eine Mehrwertsteuerrückerstattung geben. So, Rückerstattung. Das ist ein komplett anderes Ding als 0% Mehrwertsteuer. Okay, und er sprach von 20% Rückerstattung. Und das stimmt nicht, weil 20% Mehrwertsteuer ist ein Aufschlag. Das ist, wenn ich es von oben runterrechne, nur 16,6 periodisch, also knapp 17%. Stimmt auch nicht ganz. Also war es jetzt. Und was heißt Rückerstattung? Wickelt das dann die KPC ab, dass man das bei denen einreicht und dann gibt es da echt eine Rückzahlung? Das ist die Frage. Ja, gut, das wissen wir jetzt eigentlich alles nicht, wie das genau ablaufen wird. Und vielleicht kommen die dann noch auf die Idee, wenn es nämlich eine Rückerstattung wird, könnte man das ja sogar rückwirkend machen. Das wäre jetzt übrigens mein kleiner Wunsch, falls da irgendein Entscheidungsträger zusieht. Wenn ihr das jetzt noch retten wollt, dann müsst ihr jetzt zum Beispiel sagen, ab 1.10. oder 7.10. Ab 7.10. Eigentlich genau genommen ab 17.10. Da wurde es ja verlautbart. Also jeder, der ab 17.10. gekauft hat, kann dann einreichen und bekommt die Mehrwertsteuer rückerstattet. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, wir als Händler müssen uns ja auf das alles einstellen und anpassen. Nicht nur, dass wir jetzt ein Problem haben, etwas zu verkaufen. Die Monteure haben auch Probleme, weil ihre Kunden verunsichert sind. Es geistern ja so viele verschiedene Informationen herum. Und wie gesagt, man kriegt ja nichts raus. Ich habe dann sogar beim Verband, beim PV Austria angerufen. Also die fordern das schon länger, aber die wussten nicht mal, dass das jetzt kommt. Also man hat die nicht gefragt. Und die Wirtschaftskammer wurde auch nicht gefragt. Es wurde niemand eingebunden. Unsere zwei Spitzenparteien, die Grünen und die Schwarzen, haben sich hingesetzt, also die Grünen und die ÖVP, haben sich hingesetzt und haben sich das ausgedealt. Und dann hat es die Frau Gewessler rausgehauen. Übrigens, Einladung an Sie, Frau Gewessler, rufen Sie mich doch mal an. Ich würde ganz gerne ein paar Takte mit Ihnen reden, weil ich bin ziemlich sauer. Ich habe die Grüne Partei früher gewählt, aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das nochmal passiert. Weil das ist ein absoluter Irrsinn, das so zu machen. Ich meine, was denkt man sich dabei? Ist doch logisch, dass dann keiner mehr was verkaufen kann in der Zeit. Wenn es heißt, in zwei Monaten wird alles billiger um 17%. Dann kauft doch kein Mensch mehr was. Fotowolike im Winter bringt doch sowieso fast nichts, jetzt wenn es dunkel ist draußen. Es ist wirklich, es ist wirklich zum Haare raufen. Wie kommt man auf solche Ideen? Gut, ja, also wir wissen, dass alles nicht so genau, wie das alles kommen soll. Aber jetzt muss man sich als Händler darauf einstellen. Okay. Und das heißt, wir müssen an unseren Shop umstellen. Jetzt haben wir dann nicht nur 0% Mehrwertsteuer für Deutschland, jetzt haben wir dann auch 0% Mehrwertsteuer für Österreich. Aber, jetzt kommt es ja, das ist ja nicht für jeden anzuwenden. Denn wenn bei uns jetzt dann ein Unternehmen kauft, dann müssen wir, sagen wir mal, es kommt 0% Mehrwertsteuer, so wie es ursprünglich angekündigt war, also ursprünglich am 17.10. 0% Mehrwertsteuer auf Fotovoltaikomponenten. Es hieß irgendwie so, auf eine Gesamtanlage. Das ist der nächste Punkt. Man weiß nicht, wenn man jetzt einen Speicher dazu kauft, ist der jetzt mit 0% oder nicht? Oder ist das nur für eine Neuanlage? Oder was auch immer? Was zählt dazu? Zählen die Kabeln, die Schrauben, Dachhaken? Wo hört es auf? Wo beginnt es? Man weiß es einfach nicht. Und es gibt auch keine Präzisierung, es gibt keine Information. Auch nach zwei Wochen kommt einfach nichts nach und wir wissen es nicht. Okay. Jetzt habe ich ein Unternehmen, dem muss ich es mit 20% verkaufen. Aber ich habe einen privaten, der ist förderwürdig, dem muss ich es mit, oder soll ich es mit 0% verkaufen. Und ich habe einen privaten, der ist nicht förderwürdig, dem soll ich es wieder mit 20% verkaufen. Das heißt, mein Shop muss das erstmal können und dann muss das rechtssicher sein, sodass wenn ich eine Steuerprüfung habe mit meinem Unternehmen, dass das auch alles korrekt ist. Ich muss ja diese, ich habe ja gar nichts von der blöden Mehrwertsteuer. Das ist ja das Beste. Mir wäre es ja egal, am liebsten würde ich alles netto verkaufen ohne Mehrwertsteuer. Wäre ja einfach, dann brauche ich keine Mehrwertsteuer abführen. Ich habe ja nichts davon, das ist ja ein Durchläufer. Ich nehme das nur von den Kunden ein, muss, wenn die bezahlen, zum Beispiel mit Kreditkarte oder PayPal, muss ich sogar noch für die Mehrwertsteuer die Gebühren zahlen an den Zahlungsdienstleister, weil ich nehme es ja brutto ein und von dem Bruttobetrag zahlen wir die Gebühren, um dann den vollen Mehrwertsteuersatz abzuführen an das Finanzamt. Wir haben gar nichts von dieser Mehrwertsteuer, nur die Rechtsunsicherheit, dass wir nicht wissen, haben wir sie jetzt richtig eingehoben oder nicht, weil wenn wir sie falsch einheben, dann schulden wir sie dem Finanzamt trotzdem. Das weiß ja keiner. Aber für uns ist das ein absoluter Vollhorror, weil wir nicht wissen jetzt, auf was sollen wir uns einstellen, wann werden wir es wissen, wir brauchen ja auch eine Vorbereitungszeit, das muss man ja technisch umsetzen, dass der Shop das dann auch kann, der Online-Shop. Und wenn das vielleicht eine oder zwei Wochen vorher klar ist, dann ist das zu kurz. Das ist technisch alles ein riesen Aufwand, das ist für uns administrativ ein Aufwand. Wir werden wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit mit dem Shop haben, um das überhaupt rechtssicher anbieten zu können. Es ist ein Vollhorror. Und nein, das ist anders als in Deutschland. Aber da will ich jetzt nicht darauf eingehen, wenn wir nach Deutschland verkaufen, ist ein bisschen andere Geschichte als das, was da jetzt in Österreich scheinbar auf uns zukommt. Und wenn es eine Rückerstattung wäre, wäre es ja noch einfach für uns. Aber das Problem, wir wissen es ja nicht, es gibt widersprüchliche Aussagen. Es wäre jetzt mal nett, eine präzise Aussage zu bekommen. Und ich hoffe, dass das wirklich so ist, dass dann heißt, okay, es gibt eine Rückerstattung, das wird über die KPC abgewickelt, sodass wir weder den Aufwand haben, zu prüfen, ob unser Kunde überhaupt anspruchsberechtigt ist, mit 0% zu kaufen, dass wir nicht unseren Shop komplett umstellen müssen. Und das möglichst rückwirkend, damit jetzt auch irgendwann einmal die Leute wieder was kaufen. So, jetzt noch eine kleine Story. Es ist ja eine absolute Unglaublichkeit. Weil, nachdem jetzt sich die Sache so irgendwie immer nebuloser wurde, hat dann ein Freund von mir angerufen, auch im Ministerium und der ist auch betroffen als Monteur und der hat dann gefragt, ja, aber was ist denn, das ist ja ein Schaden für die Unternehmen, wenn man das so lange vorher, bevor es gültig ist, ankündigt, weil es eben dann zu dieser Kaufzurückhaltung kommt. Und dann war die Spitzenantwort, ja, die Spitzenantwort, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, von den Leuten, die wir bezahlen mit unserem Steuergeld, war die Antwort, das Betriebsrisiko. Nein, das ist kein Betriebsrisiko, das ist, das ist Willkür, politische Willkür, nicht mitgedacht, niemanden gefragt, einfach gemacht und wenn es dann ein Schaden ist für ein Unternehmen, diese Unternehmen zahlen Steuern, ja, dann heißt das, das sei Betriebsrisiko. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo leben wir überhaupt, das ist verkehrte Welt, so kann es doch nicht gehen, ja, das ist doch echt ein absoluter Wahnsinn, ja, unfassbar einfach nur noch. So, was könnt ihr jetzt machen? Ihr könnt jetzt warten oder ihr habt die Möglichkeit auch bei uns anzufragen, wir können natürlich nicht bei jedem Artikel 17% Rabatt geben, ja, vielleicht geht es manchmal, vielleicht geht es nicht, ja, ihr könnt bei uns einfach anfragen und zwar macht das einfach so, geht in den Shop, schmeißt alles in den Warenkorb, macht eine Bestellung mit Zahlmethode Überweisung, dann gibt es so ein Kommentarfeld, wenn ihr durch diesen Checkout Prozess geht, ihr könnt ja jederzeit stornieren, ja, es ist ja überhaupt kein Problem. Wenn ihr nichts überwiesen habt, ist das für uns drei Mausklicks und es ist alles wieder storniert, aber schmeißt alles in den Warenkorb, geht durch den Bestellvorgang durch, am Schluss gibt es dann Zahlmethode Überweisung, damit wir uns dann wenigstens auch noch die Gebühren sparen, weil Überweisung ist halt, ja, spart natürlich Gebühren und, weil das nicht fehlt, ist einfach die billigste Zahlmethode, ja, und fragt einfach im Kommentarfeld an, was wir euch anbieten können, preislich, das ist jetzt für die nächsten zwei Monate wahrscheinlich der einzige Weg, vernünftig was verkaufen zu können, wir können natürlich auch nicht zaubern, wir haben ein paar Angebote gemacht, die sind wirklich verdammt gut und das werden wir nach dem ersten, ersten 24 so nicht fortführen können, das sage ich euch gleich, also wenn ihr das jetzt kauft, ist das vielleicht sogar billiger, als danach mit 0% Mehrwertsteuer, weil das geht auf Dauer so nicht, das sind echt schon Geschenke, billiger kann man das nicht mehr verkaufen und das sind echte Hammerpreise, geht auch nur so lange, wir das so anbieten können, auch aufgrund, ich meine, Menge Ware haben wir ja genug, das ist ja nicht das Thema und wir haben ja wirklich auch Reserven, aber was machen denn Unternehmen, die keine Reserven haben, aber trotzdem, bei uns wird ein riesen Schaden entstehen, ja, wir haben einen riesen wirtschaftlichen Schaden und den zahlt uns niemand, ja, und deswegen nochmal, ich wäre wirklich sehr erfreut, ich meine, ich bin jetzt dann eine Woche auf Urlaub, jetzt sind Herbstferien, aber wenn mich jemand anruft, ja, meine, äh, Handynummer gebe ich nicht hier, aber man kann ja bei mir im Unternehmen anrufen, Telefonnummer hinterlassen, ich rufe dann auch zurück, von mir ist auch im Urlaub, ja, aber ich wäre echt erfreut, wenn sich einer melden würde, der wirklich was bewegen kann und jetzt erkannt hat, oh, das ist jetzt echt scheiße gelaufen, das haben wir echt verbockt, wir wollen das besser machen und dann meldet euch und dann können wir drüber reden und dann gebe ich hier auch meine Bühne frei für entsprechende Darstellungen, können wir alles machen, kann man über alles reden, aber liebe Leute, so kann es nicht gehen, dass ihr über uns Wirtschaftstreibende, über uns Unternehmer so drüber fahrt, nur im Blick den Endkunden, das sind Steuergeschenke, damit die dann das Kreuzchen bei euch machen, nein, meine Lieben, so kann es echt nicht weitergehen, weil das ist echt der ganze Förderwahnsinn, verzerrt ständig den gesamten Markt, ständig kommt irgendeine neue Förderung und immer wenn sich das Geschäft ein bisschen normalisiert kommt, wieder irgendein neuer Wahnsinn, der alles durcheinander wirft, ja, so, sorry, ich musste mich aufregen, das geht einfach nicht anders, ich hoffe, hinterlasst auch unten einen Kommentar, was ihr so meint dazu, ja, und ich bin, wie gesagt, echt erreichbar und wirklich für Gespräche offen und ich hoffe, es meldet sich jemand, abonniert den Kanal und gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.